servus ich bin der simon und das ist wieder eine folge der redstone basics die letzte voraussichtlich und damit wollen wir die gates uns ein bisschen anschauen ich würde sagen wir reden nicht zu lange sondern fangen direkt an und los ganz einfach angefangen damit es auch jeder versteht das hier ist schon ein gay wir machen das hier an und die lampe geht an logisch der blog wird bebauert das redstone wird bebauert die lampe wird bebauert dann gibt es hier schon das erste komplexere gate und zwar ist dass das not gate also wenn ich hier den hebel oder den schalter anschalte dann geht die lampe aus wenn ich den ausschalte geht sie an ganz einfach wieder ein blog dieses mal wird aber die redstone fackel entweder ausgeschalten oder angelassen und die rest und fackel gibt dann hier dieses signal aus und an die lampe weiter wie gesagt dadurch dass hier jetzt wird der blog bebauert und somit geht die fackel aus aber nichts großartig schwieriges und hier haben wir das und not gate ja das ist gleich eine verbindung aber ist einfacher als das und geht wir drücken einen es passiert nichts wir drücken den zweiten und dann geht erst die lampe aus ganz einfaches system wir haben hier eine fackel hier eine fackel das redstone in der mitte und das geht vor bis zur lampe wenn wir also hier anschalten dann seht ihr wird einfach die lampe bebauert durch die fackeln ganz einfach und das gleiche fast gleich einfach ist das und geht und zwar wenn hier diese zwei schalter nach unten sind dann geht die lampe ein das ist wieder das gleiche zwei fackeln ein redstone und anstelle des redstone das nach unten geht ist hier noch mal eine fackel um das ganze umzudrehen und so kann ich mit den schaltern wenn beide ansehen auch die lampe anschalten dann gibt es noch hier das oder geht also entweder kann ich hier den tippen oder ich tippe den und beides mal geht die lampe an das ist echt nicht schwierig ist wie ein normales gate nur eben zwei verbunden redstone hier rein noch mal redstone und dann einfach in einer linie zu unserer lampe das nächste geht sieht so aus hier können wir also wie zuvor auch mit einem das schalten und der zweite kann dann nichts mehr macht also ein oder geht aber anstelle von diesen zwei redstone kabeln die zusammenführen ist hier noch mal ein block mit der redstone fackel die das ganze bebauert und in dem fall dann umdreht und so ist wenn dieser schalter an ist die lampe aus dann noch etwas zu den bisschen schwierigeren gates so schwierig sind sie nicht wenn man sie verstanden hat glaube ich kann man sie selbst nachbauen sie müssen nicht genauso aussehen und muss nur das prinzip verstehen aber man kann sie natürlich auch genauso nachbauen jetzt sehen wir nämlich wenn wir hier tippen und hier tippen dann hat jeder dieser hebel eine eigene auswirkung wenn wir den tippen dann geht sie aus wenn wir den tippen geht sie wieder an wenn wir den tippen geht sie wieder aus wenn wir den tippen geht sie wieder an das hat hier einen ganz einfachen grund ding der ist sehr schnell erklärt hier ist eine fackel und hier ist eine fackel redstone in der mitte und redstone hier ist noch mal eine fackel und hier ist noch mal eine fackel also an dem block 12 fackeln 12 redstone redstone und da unten noch mal eine fackel dann ist das ganze verbunden mit redstone hier hinauf und ihr seht es noch mal zwei fackeln damit das umgedreht wird und jetzt wird das ganze nur noch zusammengeführt hier noch mal mit einer fackel damit das ganze eine lampe steuern kann so einfach ist das eigentlich und wenn wir uns mal anschauen was passiert hier geht die lampe an die lampe geht an die geht aus somit wird hier das ganze ausgeschalten und wenn wir das umgedreht machen oder wenn wir das wieder ausschalten dann sehen wir das ja auch schon also wir schalten es mal an das sieht man es glaube ich besser die fackel aktiviert hier diese linie an redstone dadurch geht diese fackel aus die fackel ist aber an und dieses redstone kann angehen aber die blockiert ihr also jetzt diese fackel und schaltet sie aus diese fackel kann aber jetzt endlich leuchten weil er diese fackel ausgegangen ist und dadurch wird hier einfach diese vordere fackel ausgeschalten und die lampe ausgeschalten wenn wir das wieder rückgängig machen sehen wir diese fackel gibt beiden ein signal somit werden beide fackeln abgeschalten und hier das redstone ist auch aus und die lampe kann ganz entspannt leuchten zum letzten gate wir schauen uns an was passiert und das ist wieder so ziemlich das gleiche vom prinzip her eindeutig das gleiche ihr seht hier dass das haben wir auch hier dann noch mal hier zwei das haben wir auch nur das eben hier anstelle dieser fackel die das ganze umdreht ein reines redstone und das aktiviert dann die lampe so wie sie aktiviert gehört und dreht nicht das signal noch mal um also das muss ich euch nicht erklären ich habe es ja gerade hier erklärt nur eben dass vorne keine fackel ist sondern dass wenn ich hier ausschaltet dann ist aus wenn ich hier anschaltet dann ist aber natürlich wenn ich beide anschaltet dann ist auch weil jeder hebel jeder schalter hat seine eigene wirkung das glaube ich war gar nicht mal so kompliziert das könnt ihr und wenn nicht dann schaut euch das wieder einfach noch mal an dann habt ihr es mit sicherheit verstanden so schwierig sind die gates nicht und man braucht sie dann doch schon das ein oder andere mal das war jetzt auch schon die letzte folge der redstone basics du hast es geschafft du hast eigentlich alles gelernt was man als redstone profi können muss jetzt musst du nur noch einer werden und da heißt es üben 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 ich wünsche dir viel spaß mit diesen richtig coolen feature von minecraft und ich hoffe du hast viel spaß mit redstone das war's von mir wenn du nichts mehr verpassen willst abonniere unseren kanal und ciao